So, all die hallo und willkommen zurück im Ludus Maximus. Weiter geht's mit der Normandie in der nächsten Mission. Die Sünde Wilhelms hatten ihren langwährenden Streit über die Normandie entschieden. König Heinrich entriss seinem Bruder die Herrschaft über das Gebiet. Doch König Ludwig VI. von Frankreich erkannte Heinrichs Erben nicht als zukünftigen Herzog der Normandie an. Heinrichs fragile Macht stand vor ihrer ersten großen Prüfung. Eine Invasion des französischen Königs. Eine zufällige Begegnung auf den Feldern der Normandie führte König Heinrich I. in die offene Feldschlacht gegen Frankreichs berühmt, Heinrich Ludwig VI. Wir schreiben das Jahr 1119. Ich hoffe, dass wir auch diesmal eventuell auch in eine bessere Zeit steigen. Neue Technologie. Ein schwelender Bauernhof im umkämpften Gebiet zwischen der Normandie und Frankreich verkündete den Beginn einer französischen Invasion. An der Spitze der riesigen Armee stand König Ludwig von Frankreich höchst persönlich. Ein englischer Späher informierte unverzüglich König Heinrich von England, der noch unterwegs war, um seine Grenzen zu verteidigen. Als sie von der Bedrohung hörten, flohen die Dorfbewohner und Wachen aus ihren Siedlungen und suchten Schutz in der Festung Fleury. Okay, wir müssen die Invasoren aufhalten. Der wichtigste Befehl der englischen Streitkräfte in der Normandie lautete nun, die Stadt Fleury zu halten und auf König Heinrich zu warten. Helfen Sie Fleury. Okay. Helfen Sie Fleury. Helfen Sie Fleury. Die Fliehen. Alles klar, die Fliehen weit zu uns in den Sieg. Auch als das Dorf Cressonville fiel, lag die Hoffnung der Engländer allein darin, Fleury bis zur Ankunft des Königs zu halten. Okay, das brauchen wir jetzt. Nahrung wäre wichtig. Was ist wichtig? Mit einem Schiff hier nicht. Ja, die sind aber schnell. Und jetzt Da unten mal Angeln wieder zu halten Okay, naja, vergesst es. Okay, rette sich mit an. Okay, dann, ähm, halten wir das hier für verloren. Das heißt, wir mobilisieren am besten alle Ressourcen und bringen sie in Sicherheit. So. Die Stadt Granville fiel unter dem Ansturm der Franzosen und die Engländer wurden nach Fleury zurückgedrängt. Okay, wir sollten... ...mechanen uns ab. Haben wir alle Gebäude, die wir brauchen? Ja. Auf jeden Fall erstmal rekrutieren, was das Zeug hält. Aber das wird schwierig. Wir haben kein Holz. Und... ...auch kein Felder mehr. Okay. Muss ich... ...Kommando zurück. Das war nicht schlau. So, ich muss auch mal Dorfbewohner rekrutieren. Nahrung generieren. Felder bauen. Muss jetzt alles schnell gehen. Oh, das wird ausgehackt. Die Invasion beginnt. Ja, das wird durchgehen. Ja. Endlich trafen König Heinrich und seine Truppen in Fleury ein. Das wurde gut Zeit. Halleluja. Da er wusste, dass König Ludwig den Feldzug selbst anführte, sah Heinrich seine Chance, Englands Anspruch auf die Normandie ein für allemal geltend zu machen. Gut, hier schauen wir mal. Vor wir vorstoßen, würde ich hier erstmal in der Basis alles hinnehmen. Ja, du tue er. Ja, schon witzig die Animation. Ich will es tun, Heinrich. Oh, okay. Boah, okay. Dann Tor. Okay, wir haben genügend Nahrung, genügend Holz. Ah, okay. Oh, shit. Oh. Alles klar, wir können jetzt ein Wahrzeichen stellen. Das ist ein Spahn, um das Wahrzeichen zu bauen, aber in der dritte Zeit geht es auch nicht in der Druck. König Ludwig war entschlossen, die Engländer aus der Normandie zu vertreiben und begann Angriffstruppen gegen König Heinrich und dessen Streitkräfte zu entsenden. Und jetzt haben wir zu genügend. Auch die Lämmer werden irgendwann alle sein. Dann bereite ich erstmal die Kühle vor. Ja. 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 Jetzt sind wir hier. Ich hab's jetzt nicht erwartet. Den kafften wir jetzt wirklich aus. Auch die Truppen die innen drin waren. Warte, ich versuch jetzt wirklich alles. Warte, gut. Ich kann nicht mehr gehen. Kann ich sehr schnell nachbauen. Das versteh ich noch nicht mehr. Unkel ist... Ich bin noch nicht fertig. Ich weiß nicht, die... ...bereißen. Ich weiß nicht, die... Ich weiß nicht. So, und jetzt könnte ich... ...Nahrzeichen bauen. Boah. Wo genau... Ich geh jetzt aufm Schlauch. Tut mir leid. Das schule bildet, was Selfie sagt. Ich bin dein Worker. Errichtet man... Jetzt. Wir mussten auch ein Gebäude bauen. Okay, also wir haben die Wahl. Königspalast oder der weiße Turm. Sind als Bergfrieds... Oh ja, das hat natürlich... ... ja, das ist schon schwer. Die will so kurz da werden. Also... Es ist schon etwas. Es ist nicht schnell. Wie ich... Und nicht. Ach, du bist so... Ja! 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 Okay. Ähm. Ja! Nehmen wir mal das. Ja! Stare fast, Adon! Eoridus! Beodefne! Ja, Sir! Anje Wörge! Verkehrt noch ein Hustes Zorn. Ja! 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 Wie gehts? Ja! Was du hier? Ja! 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 Wunderbar. Wunderbar. Ein neues Zeitalter beginnt. Dorfbewohner. Ich werde eigentlich das gleiche. Dorfbewohner und Speer ausbilden. Wir haben natürlich neue Tischen. Aufwertung der Planeneinheit. Okay. Gleiche auch für Fogenschützen. Ah, und wir können Armbrust schützen. Sehr schön. Gleich ein paar... ...Frei schaffen. Dann... Zweiter... ...Skistand. Schrei. ...Mache. ...Skistand. Es ist der Wind. Zum Wunderbar. Geht er! Oh, Mann, gestorben! Können Sie sterben? Oh, Mann! Mit Valdenen! Seid doch sterben. Wir haben uns denn nicht mehr ohne Hand. auf fährt ja gold, mal sehen wie lange ich die eigentlich noch habe den gold abbauer ein bisschen beschleunigen gold sammlerate um 15 und armen, armen muss beschleunigen aber sparen wir effektiv, besonders gegen die krabbeler fahrer anna fräscher marke ich habe die krabbeler auf der lade ja, sie sind bereit, krabbeler 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 ich mache das mal zusammen mit den kubenschützen krabbeler 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 alles klar so zwei krabbeler 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 Der ist das tienes, der ihr nichtcję wisst! Und ich das jetzt kochen! Und ich lebe dich zu gewassert, dass dervenge ist! Gott, werdet ihr nicht bereit sein! Ich bin der Urn! Na, der ist dein Song! Ich bin der Grund, ich bin der Grund. Ich bin der Grund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können das auch noch einhaben Wir können das auch noch einhaben Robert. König Heinrichs Männer marschierten gegen die französischen Streitkräfte und eroberten die Stadt zurück. Wunderbar. Gebäude machen wir auch. Wunderbar. Joa. Einspieler. Wunderbar. König wie es da ist. Wunderbar. 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 Jetzt müssen sie sich gar nicht mal anschleichen. Und König Ludwig fließt zum Gegenangreifen. Da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Oh, das war der Gegenangriff. Der nächste Speer ist auf. Die Cavalerie schieben nach hinten. Denken sie aber den Kopf. Die Cavalerie schieben nach hinten. Die Cavalerie schieben nach hinten. Die Cavalerie schieben. Hervorragend! man eigentlich ich dachte man könnte den rekrutierungspunkt mit einem einleitenden Test machen, damit sie dann automatisch folgen oh, der Spielspieler hat es hinter sich mal gucken wie weit wir kommen mal nach weiteren Technologien ok, das ist nochmal ein Upgrade für die Bogenschützen alle Dorfbewohner arbeiten noch, weiß ich ah ja, ich seh schon eine können wir auch abbauen haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht und äh wir haben hier auch kein Dorfzentrum ne, falls keines auch wichtig ah, ok die 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 direkt vor unserer Nase hm schau dir, was du jetzt leidest, Tulkes schau dir, was du jetzt leidest schau dir, was du jetzt leidest mit dem Waldenes die Bitter wären auch nicht schlecht es ist sie, ich werde jetzt was den Dürer ich bin zählt ich bin was die alles gut läuft dann können wir auch schon in den nächsten Atemzug nächste Ortschaft niederreißen wie soll wird die Situation abgeschlossen vorwagend Was ist das? Was ist das hier? Ach Gott, nein. Oh, wer hat die Bauern? Oh, wer hat die Bauern? Nachdem er die Grenzstädte zurückerobert hatte, stand König Heinrichs Anspruch auf die Normandie nur noch ein Hindernis im Weg. König Ludwig und dessen Armee. Auf den schlichten Feldern um Bremieux würden die beiden Könige ihren Streit um die Normandie austragen. Lasst es uns reden, Knickers! Oh. Seidday to work. Da forschen wir noch fix. Und... Wir haben jetzt hier eine Kategorien. Aber da können wir nichts machen. Aber hier können wir Mönchjähre mit. Ohohohohohoho. Junio. Ich liebe dich, die... Auf geht's! Ja! Was soll ich... Was soll ich... Was soll ich... ...dresset, ja? Fracke's happen! Hestet, periende, Hestes, nu! Fusset, Tulkes, Hestes! Aggresset, jumselbe! Aber denigen Fusset, wir haben! Oh, ich hab ja... ...und jetzt... ...und jetzt... Jetzt die Spezialeinheit der... ...Bogenschützen... ...müsste die Kavallerie... ...unswieger Schraub verweisen. Okay jedenfalls. So, gut, wunderbar. Wir haben auch schon den ersten Mönch... ...der uns heilt. Und die... ...und noch... Ah, ihre Felder dran schreitzen, die müssen auch weg. Wunderbar. Ein süßender Jesser. Wunderbar. Wunderbar. Nun, Tulkes, setz dich. Machst dich, ihr Fehr. Matische Heilung. Ja, prima. Helm, ja. Ich, ja. Wunderbar. Wunderbar. In 위kehr. Anfuhr. Jenderrym. Hast du eine lớphafte Krими variantes? Alles zählt, aber wir müssen. Eine Carte im Ausbringen. Gez. Ich bin writingare. Ich bin. Wunderbar. Bündnis Schneiderich. Te OFR. Wunderbar. Gez. Shoot dich, wie kannst du. Wunderbar. Mich will ich wissen? Ich bin. Wunderbar. Bündnis. Ich bin eigentlich ganz gut dabei. Ich glaube, die Hälfte von Ludwigs Armee ist schon niedergemetzelt worden und die Steine haben wir jetzt auch en masse. Wozu haben wir die Steine eigentlich gebraucht? Weiß ich gar nicht mehr. Künstliche Techniken. Alles für dort. Das ist gut. Karallel erforschen. Auch die Kulturen. Da habe ich mich verlesen. Auch die Kulturen. Karallel erforschen. Immer gut. Boah. Windpanz. Alle Fernkämpfer. Na ja, ist sehr schön. Inkabonisierung. Bitte nahkampen. Alle Einheiten. Wo sind alle von... Okay. Lass mal... ...kürzt die Ausbildungsdauer. Ist auch gut. Wir mal... Wir wären eigentlich bereit. Dann ist ein wenig Infanterie, meiner Meinung nach. Entendet, Freckers. Aber letztendlich ist... ...die eigentliche Stärke... Unsere eigentliche Stärke ohnehin... ...die... ...die... ...armbogen schützen. So ein Berggeferien. Okay. Wer bewaffnete Garnison und Fertifizierungspotionen... ...waffen auf... ... kann mit Waffen aufgewertig werden. Lügt... ...setzliche Anmeldung. So... ...darin ein... ...l木... ...werb... ...lm... ...sorta an. Ah, ob das nicht nicht zu kregen wird? wir bauen uns jetzt hier praktisch auf gegen die horde hier können wir wenig anrichten und testen wir mal ob die wache hier sehen uns glaube ich nicht neben der fliege ist dazwischen sparen match what they had it is ceter for actors admin a word a feather Das war's für heute. Sehr schön. Türme und Bergfriede mit siebenem Öl aus. Das war's für heute. Ich bin auch gerade momentan eher aus Neugier, dass man so alles erforschen kann. Wie sich das dann im Kampf widerschlägt. Das war's für heute. Ordentliche Türme. Ja gut. Wir machen jetzt hier kein Tower-Defend. Ja. 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 Auch fast. Ja. 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 Achso, ah, das war jetzt dämlich. Wir können hier alle Einheiten nehmen. Achso, ah, das war jetzt. 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 Achso, ah. Vielen Dank.